Oh, ich wundere mich gerade, warum kann ich hier nicht weiterlaufen. Aber das Spiel beginnt erst jetzt und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Minispiel. Diesmal sollen wir 20 Abschlüsse mit der P90F erledigen. Mal gucken, ob das besser klappt. Vielleicht im ersten Versuch diesmal und nicht wie bei der Nova im zweiten Versuch erst. Mit dabei wieder die Fäsche Ute. Jo, moin. Mit dabei die Fäsche Ute. Wird kann man hier gehen? Ach, da ist auch noch ein Weg. Oh, da ist auch noch ein Weg. Kann ich von hier? Jo. Nice. Warte. Was war das denn, Alter? Du hättest mir ruhig noch ein Kill mehr lassen können, dann hätte ich mir auch vielleicht eine P90 kaufen können oder so. Ja, kann ich jetzt auch noch nicht. Ach so, okay. Aber was war das, war das einer, nee, warte, war das ein Schuss und drei Kills oder was war das gerade? Das waren drei Schüsse und drei Kills. Ah, okay, gut, da bin ich beruhigt. Cheetor. Oh, la cheetorino, du. Das gibt ja keine Steps. Ich aber, glaube ich. Ja, die sind schon On-Spot. Oh, sind von der anderen Seite gekommen. Oh Gott. Die pushen dich. Vorsicht. Ja. Immer noch zwei da. Na, also. So, P90 kaufen. Äh, Mist. Mir fehlen 250. Ja, dann probiere ich die Kills zu machen. Okay, ich schieße sie nur an. Ja. Wenn das mal immer so klappt, wie man das vorhat. Von hier? Oben, unten. Da hinten wieder. Oh, warte, warte. Schön, schön, schön. Oh, shit, meiner ist da noch. Nicht so schön. Oh, ich musste ihn so killen. Ja, ich hab sie schon, aber ich musste ihn noch mit der Pistol killen. Hä, du lebst schon wieder? Ach, die Runde ist schon vorbei. Äh, ich musste ihn mit der Pistol killen, weil ich die gerade erst aufgesammelt habe. Schön, 100. Äh, ich kann, warte. Mach schnell. Nein, ich kann schon nicht mehr kaufen. Aber nimm du sie, nimm du sie. Du machst eher die Kills als ich. Ach, ich kann nicht mehr kaufen. Ne, eben. Die sind. Oh, Alter. Oh, Mist. Seit wann bin ich so gut mit der Pistol? Oh, Gott. Ich scoute. Okay, ich hab jetzt eine AK immerhin. Ja, immerhin. Ist sie aber nicht, der ist sie nicht. Ja, besser als eine Pistol gegen die, oder? Und ich hab nichts dafür bezahlt. Wo ist der? Hä? Junge. Unter mir, glaube ich. Unter oder hinter mir? Ja, der ist hier, bei mir. Ja, ja, da war ich ja eben. Oh, der ist hinter mir. What? Unter dir, sagst du. Ups. Der kann von links kommen. Ich weiß. Was schießt er? Das ist eine Decoy. Das glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine Decoy. Aber sollen die die Decoy schmeißen? Ich behalte mal die P90, okay? Ob die uns damit verarschen können? Was schießt er? Nein, die können uns nicht damit verarschen. Nicht uns, nur dich. Ich dachte echt, der wäre da unter mir. Ich hab da irgendwas an Steps gehört. Dachte ich. Ja, ja, ich geh schon zurück. Wenn es jetzt... Äh, die sind schon on spot. Oh, da hab ich mich schon sehr fest gezogen. Alter, ich hab das... Äh, du musst jetzt was reißen, Junge. Äh, okay. Oh, ich hab das Spray-Pattern von dieser Waffe einfach nicht drauf. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Der andere ist hinten. Ich hab ihn gesehen. Rechts. Hä? Wow, das leckt gerade. Hallo? Ich kippe immer noch darauf, dass er rechts ist. Hinter dir rechts, da. In der Ecke immer noch. Sag ich ja. Alter, wo zielst du heute hin, ey? Kannst du mich hören? Ja. Das... Wow. Das ist gerade gelegt wie Sau bei mir. Okay. Gar nichts gehört. Okay. Gott, okay. Ich hab die ganze Zeit angesagt, wo der ist. Granaten einsammeln, wenn die Runde vorbei ist. Ich hab gerade noch eine HE gekriegt. Ich hör die, die kommen wieder in der Mitte. Die sind wieder on spot. Die sind on... Oh, Mann, ey. Oh, einer. Ja, das war's dann wohl. Oh, Mist, ey. Ich hab auch nicht genug zum Kaufen. Ja, ich kann einmal. Okay. Mist, 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 Mist. Du darfst nicht so offen stehen. Wir müssen uns hier in den Gang reinstehen. Ähm, ich... Ich hab's nicht rechtzeitig geschafft, wieder rauszukommen. Ich hab nur einmal kurz rumgepiekt und da waren sie aber schon weiter, als ich dachte. Und deshalb hab ich voll gefressen. Nicht nach links laufen, bitte. Wobei, ist Friendly Fire eigentlich an? Nein, ist es nicht. Ja, die sind... Also, wenn die so lange brauchen, um... ...kommen, dann kommen die nicht von da, wo du stehst. Ich hab auch schon überlegt, ob ich auf die schießen soll. Ich hab's mir verkniffen. Und ihr? Wacht mal noch nicht. Hä, wo sind die? Oben drinne. Oben drinne. Ja. Ja, ja, ja. Du hast schon eine P90? Ja. Äh, sorry, den Kill... Ja, mach das. Ich mach. Schön. Ich kauf dann mal, ne? Ja, mach mal. Achso. Oh, ich kann nicht, Mist. Nicht genug. Nicht genug Money. Guck mal in die andere Richtung. Ich hab hier. Okay. Aber hier werde ich immer weggeholt, wenn ich hier stehe. Einfach nur gucken, ob die von da kommen. Mach ich ja. Werde ich trotzdem bei weggeholt. Steps links von mir, also die kommen da, wo du bist. Hä? Nee. Nein, doch nicht. Oh, dann mach ich jetzt die Kills. Nein, die war fast leer, die war fast leer. Oh Gott, warte. Ich bin vor dir. Ich kann die killen, Junge. Warte, ich mach. Sind angeschossen. Beide. Sehr schön. Oh, Alter. Magazin leer. Ärgerlich. Ich hab auch echt aufgehört, auf die zu schießen, ey. Das ist so bescheuert eigentlich. Und das ist vor allen Dingen so brainfuck, dann nicht zu schießen. Ja, stimmt. Weißt du, der rennt vor dir rum und du kannst, weißt genau, du brauchst jetzt noch ein, zweimal abdrücken und du hast den Kill und machst es nicht. Aber dafür hab ich jetzt auch eine P. Selbstbeherrschung lernen. Ja, aber echt. Die kommen hier nicht. Doch, die kommen nicht von hier. Oh, scheiße. Ich bin tot. Nein. Ich bin tot. Oh Gott. Oh Gott. Alter, du hast noch 97. Das ist sehr gut, dass sie hier liegt. Oh ja. Du hattest noch 97. Kannst du mir die 90 legen? Hier liegt doch eine. Wo? Oh, danke. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Nein, ich will die wieder haben. Die hat einen schönen Skin. Ja, dann gib her. Jetzt hab ich eine Galil. Nein, die liegt doch hier. Was ist denn das hier? Eine P90. Ja. Ich komm von hier. Warte, warte, warte. Ich flash, ich flash. Und rum. Na toll. Wieder durch die Nate, ey. Wie dreckig. Ich bin noch low. Okay. Verarsch dir mal. Echt mal, wer fällt dir noch? Nein. Ja, da kannst du doch nichts machen. Doch, schießen. Oh Mann, ey. Das ist immer diese blöde Nate. Ich kann keine P90. Ich aber. Ich hab nur eine. Ja, ist okay. Ich hab aber 2100. Also nächster kann ich kaufen. Ach komm. Hm. Ja, die Pistol Round holen wir eh. Aber wir müssen uns leider hier reinstellen. Ja. Wir stellen uns auch ein bisschen doof an, oder? Wir stehen sonst zu offen. Komm nicht. Nee, komm nicht von hier. Links von uns sind die Steps. Uiuiui. Einer hat nen Headshot, oder? Ja, ja. Ich mach nichts. Äh. Zwei hinten rausgekommen. Hinten durch. Gut. Fünf Kills. Ja, ja. Ich hab die auch alle gelassen. Ja. Ich hab dann auf den hinten auf den ein, zweimal geschossen, aber auch nur Körperstresser. Ja, das ist du. P90, okay. P90 jetzt, ja, ja. Die kommen, dann hab ich nen Flash rein. Wie ist eigentlich das Prey Pattern von der P90? Laufen und schießen. Mehr musst du nicht wissen. Einer, die kommt von hier. Ja, oder unter mir. Nee, hier unten ist Clear. Oh, hinten, hinten, Tor. Ui. Oh, hier, hier, hier. Nein. Wart mal nach. Wo? Was ist der letzte? Der letzte ist auch hinten. Gut. Jo. Puh. Okay. Ich spar mal lieber, ne? Ja. Was man im Zweifelsfall nachkaufen kann. Ja. Eigentlich ist das voll gemein, wenn man spart und in der Pistol Round schon die P90 spielt. Quatsch. Aber soviel zum Thema. Vielleicht schaffen wir es ja im ersten Versuch. Wir schneiden einfach nur den ersten Versuch rein. Du meinst nur den hier als ersten Versuch? Ja. Das meine ich. Das wollte ich sagen. Okay. Wieder Torbogen. Boah. Wart echt nicht zu lange. Feuer. Okay. Ich lad mal eben nach. Äh, ja, ich auch. Oh. Warte, nochmal nachladen. Das ist die Decoy. Hä? Hä, was höre ich hier für Sounds? Die Decoy. Nein, ich habe irgendwie eine P90 nachladen gehört. Hinter. Jawoll. Wo ist denn die Bombe? Die liegt hier. Shit. So, fünf Kills noch. Eine Runde noch, dann haben wir es endlich. Hat ja auch lange genug gedauert, ey. Der wäre, glaube ich, richtig schlecht bewertet. Das glaube ich auch. Egal. Hauptsache, wir machen das. Aber wir haben Spaß. Und man kriegt kein... Oh, das Leben geht nicht wieder hoch zu Rundenbeginn. Nicht? Ne. Ich habe immer noch nur 85 live. Das ist gemein. Aber volle Rüstung wieder. Aber trotzdem, das erklärt einiges. Gut, dass mir das jetzt auch schon mal auffällt. Alles ruhig. Ja, so kann. Da. Taubogen. Oh, ich habe 30 live. Was? Nein. 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 Ich habe 30 live. Oh Gott. Der eine hat minus 11. Wow. War das die Bombe? Nein. Da hinten ein Decoy. Oh, ist hier keine AK? Nein. Oh, Alter. Jawohl. Plantet er? Nein! Ach, die dürfen gar nicht planten. Ja. Oh, nein. Ach so. Ich dachte, wir müssen die dann nur entschärfen noch immer innerhalb der Zeit. Okay. Gut zu wissen. Aber ich kann direkt mit einer P90 anfangen diesmal. Toll. Das ist, wenn wir die... Obwohl, nee. Wir haben letztes Mal auch alle Abschüsse in der Pistol Route mit der P90 geholt. Ei, 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 ei. Let's move out. Hast du auch P90? Hallo? Ja. Ja, ja. Okay, okay. Danke. Links von uns eventuell am Spot. Ui, ui, warte. Flash, 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 Flash. Oh, da stehen alle. Der Platte, der Platte, der Platte. Mann, das steht doch nicht genau vor mir, wenn ich auf ihn schieße. Oh Gott, Alter. Ja, das musste ich mit der Pistole machen. Ich hätte den geholt, wenn du nicht in den Schuss nochmal genau reingelaufen wärst. Ich weiß ja nicht, ob du so schnell reagierst. Ich habe voll auf ihn drauf geschossen. Du bist reingelaufen, dass ich ihn nicht mehr treffen konnte. Ich habe mich bewegt. Du bist nochmal reingelaufen. Ah. Oh, ach so. Ähm, okay. Jetzt ist die Bombe natürlich. Ich habe null life verloren. Hm, blend. Hol mal einen Molo. Den können wir auf die Bombe werfen. Zu spät. Steph ist bei mir. Komm, bei mir, bei mir, bei mir. Ich sterbe mich. Ich habe da so reingesprayt schonmal. Alter, stirbt der einfach nicht. Der letzte ist auch. Ja. Hab, hab. Okay, ich habe 100 life. Du? Oh Gott. Ähm, 97. Okay. Also. Wahnsinn und nichts verloren. Ja, das ist okay. Oh, ich kaufe nochmal einen Moli. Na, plant. Na komm, eine HE nehmen wir auch noch mit. Ne, nicht escape. Wieder da, wo sie eben waren. Ja, der kommt nicht von mir hin. Damn. Nice. Schön, wie du aufgeräumt hast, ey. Ohne HE. Ist ja nett von denen, dass sie uns die liefern. Schön. So, Welle 4. Wenn wir die machen, noch einen Kill. Ach, das war die, das war die Dings. Ne, die kommen nicht von hier. Wieder da. Ja. So, jetzt fehlt uns genau der eine Kill, den du mit der Pistole gemacht hast. Aber den sollten wir jetzt ja wohl hinkriegen. Wenn nicht, dann wird es so bitter. Oh ja. Oh Gott, komm. Ich kaufe nochmal eine HE nach. Einen Kill. Ach, nicht raus. Kommt von hier. Ja. Jawoll. GG. Ach, ne. War auch schwer genug. Ja, ich habe, ich bin im Rang 13, ich bin im Rang aufgestiegen. Ach was. Dafür kriegt man ja einen Zufalls-Drop. Ja, cool. Sehr schönes Ding. Geschafft. Woo. Yes. Vielen Dank für das Zuschauen. War ja auch schwer genug. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. Ich habe nicht aus. Wie ist es? Ach, nicht aus.